Die Kameras haben wir vor ein paar Jahren nach einem Einbruch bekommen. Nur keine Angst. Die Gegend ist sicherer geworden. Ich bin noch ganz neu hier. Ich kenne noch keinen. Was führt Sie nach L.A.? Ich möchte ein neues Leben anfangen. Hier fehlt noch was. Haben Sie Haustiere? Nein. Willkommen. Wir legen hier nämlich sehr viel Wert auf gute Nachbarschaft. Hier kümmern sich irgendwie alle umeinander. Machen die Rohre nachts immer so einen Krach? Wie nachts. Ich bin die ganze Zeit so müde, verdammt. Hörst du nachts auch den Krach? In meinem Alter hören meine Rohren nicht mehr besonders viel. Du hältst mich für verrückt. Was machst du hier, Brian? Weg hier. Weg hier! Weg hier! Hilfe! Hilf mir doch, jemand! Wie könntest du? Ich will nur hier raus. Bitte. 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 Ich will nicht bald nach Hause kommen. Du bist schon zu Hause.